Hallöchen, 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 da sind wir wieder. Ja, wir versuchen hier ins Beartungsraum zu kommen. Da draußen liegt auch noch hier, du meinetiges Zeug. Sorry. Können wir erstmal gucken, was wir machen können. Es wird langsam sehr knapp. Gewicht. Okay, wir haben nichts mehr weiter. Okay, dann gehen wir weiter. Das sagt mir nichts Gutes. Oh, dann noch mit der Taschenlampe. Ich bin sehr, sehr skeptisch hier. Ist Energie? Okay, wir machen aber erstmal. Oh, eine Platte hier sind. Hier sind vier, vier, fünf? Ne, vier. Gut, was ist denn hier? Wir wollen ein spezielles Ziel. Sehr laut. Sehr laut. Wollte ich das hier mal nehmen. Und kacke ich hier ab. Tierig hier. Da nicht raus. Was will da raus werden? Ach, scheiße, das ist so eine Riese. Ach, Mann. Ich muss mal gucken, wachen. Nur Schrott. So gesagt. Okay. Komm, ich bin da jetzt rein. Bandschutzanlage. Was ist denn die Bandschutzanlage? Äh. So, Generator ist aktiv. Ist das auch da drinnen? Ich glaube, das ist da drinnen. Ist das da drinnen? Ja, es war da drinnen. Ich glaube, jetzt habe ich eher ein Problem. Wieso läuft es ziemlich weiter? So, nur gucken. War ja ein Riese. Nachladen. Ja, da ist Riese. Ich glaube, ich habe doch eine Granate, ne? Das ist schon, yes. Drei Stück sogar, wie es aussieht. Was ist er, wenn ich denn, wenn ich zuf Dreamsefeierじゃını stemhe hier raus war? Was ist drinnen? Was ist kalt? Ja. Wieher? 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 geht er mir ein bisschen weg da um den blatt haben noch eine dosenbombe bestehen musste gehen wir die auch mal rein wo ist hier irgendwie ich bin ladung ist das kann was werden hey die kommen eine transatzung nicht die sprengladung da muss ich hinsetzen ich habe keine sprengladung so das haben wir müssen sein ich habe kein Benzin dann suchen wir jetzt ein Video hin weil ich habe gesagt ich habe doch gar keine benzin mehr so geht das virus wird wieder ist da gab es auch mal abgeschlossen wir haben nur ein benzin wo wir wieder viele sachen was hier unsere aufgabe ist sehen was wir da erreichen hier haben wir sind die dinge ist aber noch gleich benzin das ist eine höhle aus wie der höhle gehen wir natürlich in die höhle nix drin ich bin gebracht und dass sie keine krabbeler sind das ist eine werkstatt die sollten wir uns mitnehmen können wir da irgendwas machen zahnrad nachladen jetzt vergesse ich das wieder ja da sollte man sehen welche bauen da sollten wir uns jeden fall drei stück durch den reichen machen wir mal ein stück muss aber noch noch machen da habe ich ja gar nichts mist 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 zahnrad bekannt schusswaffenteile ok mp ich habe mich auch noch wissen immer mal ein schlagring handklingende wie geil ist das geil wie geil ist das so ja ja wir brauchen können zwei stück kann man eine entsorgen ich bis zum bräuchern ich da kommen wir heute 59 sorgen das ist nur gewicht das messer hier das weiß wir viele neue sachen gelernt so aber ich brauche jetzt beziehen wieder so ein scheiß kammler ich kann es ausmachen mit da ist scheiße aber sehr da ist was sehr sehr nice sehr weit gekommen jetzt haben sie mich überrannt aber ist schon ziemlich nice wie man weiter man kommt den hier so müssen wir es auch motzen das wäre ein eis so wie hier ja schon nichts nirgendwas und 60 und zieht vielleicht müssen drauf an uns gehen jetzt aufs auto ja schon sehr nice das ja noch türen eintreten so drunter was hast du natürlich schönes jetzt hier für mich was anständiges das sind mal jeden fall mit danke gern sachen wo ich überwarten können drei stück sehr schwach sehr schwach ich bin eigentlich nix was ist ja ausrüstung ausrüstung das rezept so dass man mit z gelernt perfekt rezepte so was wir das was wir nehmen ja das war die akkus finde ich auch wieder so ich habe irgendwas zu reden alles klar so haben fünf neue sachen abkunftsteuer ist die aufbauen okay alles klar können wir jetzt endlich stärkere waffen bauen und ich würde auch sagen dann ist die folge hier jetzt beendet und wir werden mal stärker das freut mich sehr dernächst auch weiter rum kann man nicht hier auf die karte so ist das aus ich dachte man könnte meist nachlesen aber leider nicht wie gesagt wenn es euch gefallen hat einen däumchen da lassen wir sehen uns in der nächsten folge und dann spieler leider wieder von vorn aber stärker wir können das gewachen bauen und ich hoffe mal dass wir dann auch schneller vorankommen wir haben uns entwickelt ja muss sagen bis dann